Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Diese Bänke sind so gemütlich. Egal was die in den Kommentaren immer sagen. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja hier den Weg hier freigeschaltet. Jetzt können wir wieder immer zurück. Haben eine Abkürzung. Haben auch noch einen Job. Ja, ich habe jetzt diese Speere und ich habe vor, bevor wir jetzt wieder weitermachen, erstmal nochmal zum Laboratorium von Thomas gehen und mir erstmal Slushys gönne. Also, bis gleich. So Leute, ich bin wieder hier. Im Schloss. Auf so einer Zeit ist, den Prinzen, oder wie er es heißt, zu retten. Hier drin war ich definitiv noch nicht. Oh, ist Geflügel. Hmm, lecker. Ah, und jetzt habe ich auch noch hier von der rechten Seite aus die Abkürzung. Okay. Na gut, kann ich das Zeug gleich braten, ne? Ich habe auch schon das Ei gebraten. So. Zeit für ein Grillinchen. Ja. Eine neue Abkürzung. Den Speer, den brauche ich safe. Okay, ich muss mich nicht an dieser Schlacht beteiligen. Äh, wo genau soll ich hin? Da oben steht jemand, der offenbar auch reden will. Also gucke ich jetzt erstmal hier unten. Okay, hier ist nix. Ist in der Richtung was? Ein verschlossenes Tor. Hier? Nix. Hallo? Ich bin die Fotia. Da kann ich eh nicht lang. Also hoch. Retten wir den Prinzen. Geh, schau aus dem Fenster. Siehst du, dass irgendein illusionäres Feld umschließt beide Türme. Die Eko, Leute, haben ihre Präsenz hier vielleicht schon wochenlang geheim gehalten. Ich fürchte, sie haben sich hier mehr verschandt als ursprünglich angenommen. Sei vorsichtig. Also muss ich noch mehr von diesen Teleport-Guys. Wahrscheinlich gleich treffen. Äh, ich freue mich. Wahrscheinlich muss ich da oben den Schalter irgendwie treffen. Ich mache erstmal die Dinger kaputt. So, treffe ich. Ich habe getroffen. Und dann damit. Noch mehr von denen. Schokolade. Ist da überhaupt was drinnen in den Vasen? Da oben ist ein Mondstein. Mann. Und die darf ich wahrscheinlich auch nicht sofort strotten. Ja. Nein. Okay. Ich habe meinen Mondstein. Ich bin glücklich. Ist hier noch irgendwas? Nö. Vielleicht, wenn man das Rote weg macht. Will ich runterfallen? Nee. Ich glaube, ich hätte die Dinger behalten müssen. Ich bin auch der absolute Volldepp. Ich vergesse doch, dass ich die Speere habe. Dann kann ich mir doch einen Weg machen. Was ist das denn für ein Kristall? Okay. Okay. Soll ich damit immer Spezielles anstellen? Keine Ahnung. Ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit. es hat mir den kristall kaputt gemacht das drecksding tschüss muss noch mal laufen zum mitkommen ich sehe gefahren du verreck danke mitnehmen ich habe nicht wirklich lust was falsch zu machen und jetzt hier einfach in die klippen werfen ok ich weiß dass es gleich funktioniert aber ich weiß dass hier die kiste war mit irgendwas in piro suppe falsche seite apropos essen ich sollte mich vielleicht mal heilen ok wieder so ein raum warum soll ich die dinge nutzen da oben ist doch bestimmt was drin ein bisschen geld so jetzt bin ich hier die metalldinger kann man die steine nicht stecken die speere ich könnte mich drüber sprengen ich habe es zumindest versucht ich müsste wenn den block von da oben irgendwie runter bekommen ich sehe jetzt erst dass er über mir auch ein schalter ist ich sehe jetzt den einfach durch ne so hier hin nicht festbacken hat geklappt es gibt es gibt nur ein problem ich muss das erst auf grün stellen ok kann ich einen schalter irgendwo her bekommen wie soll das funktionieren müssen wir nochmal wieder kommen also jetzt gerade käme ich nicht drauf wie ich dran käme damit könnte es gehen bei den kann man ja mittendrin kaputt machen wenn ich den nämlich zerstöre dann drehen die sich ja so hier rein hab nen energieovel hat funktioniert und jetzt mit der schleuder ein paar tausend mal schießen bis ich das ding da oben getroffen habe ok so hat es funktioniert wie lange bin ich hier schon lang genug wenn es euch gefallen hat lasst einen abunden like da und wir sehen uns hier beim nächsten mal wieder tschüss bei